Also erstmal, wir freuen uns, dass wir sein dürfen, hier ist noch gar nicht für uns. Ähm, wir sind die Gartenzwecklosen Länsingen und unser 5- bzw. 6-Zeiler ist, egal ob Hefe oder Export, ist beim Zwerg für den Horn alles fort. Auch Sex, Schnaps und Cola wird verschlissen, alle anderen Zünfte sind, saugeil. Unser Schubkarten und Konfetti gehört dazu, eine glückselige Phase, feiert nun.